Wenn's wieder nix wird, schieben wir's einfach auf die Uhrzeit Wenn das so'n Glücksfaktor in diesem Bossfight ist, dann kotz ich Ich hab eigentlich nur auf das Geek rausgepatcht haben Sorgt euch nicht um mich! Haltet die Zerstörer auf! Oh no Gut, einer rechts Guck mal Oh, nicht aus Ist ja nicht, ich will Toll und nicht 7 1 0 1 1 2 2 1 2 2 2 2 aber wenn ich das richtig sehe ist da wo das blut stirbt entsteht so eine pfütze da muss man das add dann durchziehen guck mal hier ist zum beispiel diese kleinen roten flecken diese leuchten da ist noch eine versuch ihn da noch mal rein zu ziehen in den ein weiter ich ziehe noch zwei von den flächen hinter dem hinter dem ist so eine wenn es da durch ziehst ist es max komm hau durch und dann fisken wir ihn um so jetzt mal So, ich gehe rechts Ja Auch rechts Jetzt rein Super raus In der Mitte Jetzt ist auch garantiert einer links Rauch, Rauch, Rauch Vergesst es Ich gehe schon mal damit hin und auch nochmal zu Ich hab ja noch da hin Schnell 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 Ja, der ging ganz sicher Ich ziehe den einfach durch Schnell 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 Oh nice, der ist jetzt schon bar Jetzt sind wir rechtzeitig dran So, der müsste noch frei sein Nicht ziehen Schnell Achtung, gleich kommt nochmal Strahlen So, neun Stück Pass auf mich auf Ganz gelassen halt, bis die Sehende kommt Dann mach den Strahlen auch weg und dann können Geh rum Es gibt alles, haut alles ausgesagt Sehr schön Umhauen Tentakel noch Ja, die anderen Tentakel noch umhauen Ja, die anderen Tentakel noch umhauen Bitte Ja, ist gut, in die Mitte, raus Anregen ist wieder ready Ja, ich hab Ich hab dann auch wieder was Also ich hatte eben ein bisschen was Aber wäre ja nicht so viel Am besten noch nicht durchziehen, wenn er so viel Leben hat Ich will doch nur, ob das Ding Schaden machen Nee, ich meinte Redray Aber ich glaub, das war gar nicht Egal, verlässt Ich will nur Schaden auf das Team, auf das Team, man Ich hau die anderen nämlich um Ich bin jetzt schneller Hier liegen schon ganz schön viele Feuer, muss ich sagen Danke für den Alleinsammler Irgendwohin? Piada, zieh den mal zu dir Nein Das ist ne Scherz, oder? Also Ich wusste jetzt nicht wohin, aber Was war denn das? Der Crew, wenn alle völlig durchdrehen, sofort Oh